Ja, liebe Leute, wir gewünscht haben hier, weil die SPD im Mai 150 geworden ist, weil wir denken, dass der Gründungsort Leipzig ein elendes Kuhkopf ist. Veranstalten wir darum heute am Brandenburger Tor mit über 1000 strammen, harten sozialdemokratischen Genossen. Ein Fest, nicht nur ein Fest, sondern das Deutschlandfest. Man mag ja meinen, dass es sich dabei eine rechtsextreme Veranstaltung handelt. Erinnert sich zum Beispiel an das Rock für Deutschland im Diener. Aber diese Leute sind elende Biter. Sie klauen uns die Ideen, sie klauen unseren Style. Nur wir als SPD, als eine der größten Volksparteien dieses Landes, haben den Kapitalismus so gestaltet, dass er nicht die hässliche Fratze des Raubtierkapitalismus trägt, sondern entgrinst. Und wo wir gerade dabei sind, macht Lärm für die SPD. Was hat die SPD? Die SPD hat Style und das Gelb! Style und das Gelb! Style und das Gelb! Style und das Gelb! Was hat die SPD? Style und das Gelb! Wo wir gerade dabei sind, hinten sehen wir, wie K86 ein elendes Zecken ist, ein Rattenloch. Solche Scheiße muss abgeräumt werden. Weg damit! Damit die Casting-Allee auch endlich ihren Namen bekommt, den sie verdient. Und wirklich Casting-Allee wird. Hausprojekte räumen, Mieten hoch, weg mit dem Gesinde! Und natürlich an dieser Stelle nochmal Props an die Cops, die gestern oder was vorgestern mit dem Rambock und der Kettensäge ins x-beliebige Friedensheim reingerannt sind. Das ist deutsche Wehrhaftigkeit! 150 Jahre SPD heißt auch 150 Jahre mit den Bullen ins Bett gehen. Darum macht Lärm, Props für die Cops! Zeit und das Gelb! Zeit und das Gelb!